C-A-L-L-M-E, Baby Hey, yeah, yeah Grüß Gott, jetzt kommt Teil 2 von meinen Nagellacken Yay, es sind nochmal zu viele, schaut euch das an, also Katastrophal, vielleicht schaffe ich es, es übers Herz zu bringen Ich meine, 2 habe ich schon auf die, ist nicht viel, für das, was ihr jetzt gerade gesehen habt Aber 2 habe ich schon geschafft, auf die Seite zu legen Und vielleicht schaffe ich es bei noch ein paar Ich hoffe es wirklich sehr, weil das ist echt zu viel Fangen wir mal im Wild drin an rumzuwühlen Ich habe noch eine Essenz hier Das war mal aus dieser Sandklappe, weil ich dieses Braun so gut fand Ich habe den, ich habe da richtig viel davon Ich habe den Nagellack, den Creme Lidschatten und noch irgendwas Ich glaube Blushes oder so habe ich auch noch davon Dann habe ich wieder Essenz Der aus dieser Lights of Orient L.E., die L.E. war ja auch sehr schön und der Nagellack ist auch so schön Nur ist das halt so, das ist halt das Blöde dran, wenn man so viel hat, dann kann man halt wenig verwenden Auf die bin ich urheikel Das war aus der Fairy Tail L.E. von Essenz Und die mag ich so gerne Die habe ich schon lange jetzt nicht mehr verwendet, sollte ich vielleicht mal wieder Aber ich habe Ich habe so Angst, dass sie mir ehrlich gesagt kippen und dass Dass die leer werden werden, die gibt es ja nicht mehr mehr Da habe ich noch einen Äh, das ist der hier Die fand ich alle urschön Wirklich alle Da habe ich nur noch einen Und ich sehe gerade nur noch einen Ich glaube, ja, da ist noch eine Fünfwand, ja Da habe ich mir alle gekauft Sogar den Lipgloss hatte ich Äh, den Lila und den so rosa Und die Glitter Eyeliner hatte ich auch, aber die musste ich entsorgen Und deswegen will ich die mal benutzen Weil nicht, dass die kaputt werden Da ist diese, das ist so ein Gold Die habe ich eine Zeit lang urauftragen Und dann natürlich wieder aufgehört Weil bei dem fehlt schon viel Bei dem da Vielleicht sollte ich mich mal zusammenreißen und Wirklich eine Menge weggeben und Ein paar nur noch benutzen Oder wenigstens zumindest ein paar aufbrauchen Der ist überhaupt schön Der gefällt mir überhaupt so gut Ja, dann habe ich hier einen MAC gegriffen Das ist der Styleclan, glaube ich heißt der Hatte ich auch ein paar Videos schon mal drauf Die MAC Lidschatten Die MAC Nagellacke finde ich echt gut Wirklich gut Ich habe da auch noch einen Den habe ich jetzt fast vergessen Ich hole den schnell Bevor ich die vergesse, euch zu zeigen Zeige ich euch die noch schnell Das sind die, die ich eigentlich noch swatchen müsste Einmal der eine von Catrice Das war diese L.E., wo ich zuerst nichts haben wollte Mit diesem Blasch, wo so runde Ich habe das auf Instagram Ich weiß jetzt nicht, wie heißen die Retrospektiv Kann das sein Aber den Nagellack fand ich so geil Und deswegen wollte ich ihn haben Dann habe ich hier einen Essie Den habe ich letztes Jahr im Sommer wo auftragen Den finde ich nämlich auch schön Den musste ich auch unbedingt haben Den habe ich auch noch nicht geswatcht Kennt ihr aber sicher von Haul-Videos Dann den hier, den habe ich von Klein Haugsdorf Den habe ich mir nämlich mit der Amy gekauft Sie hat sich einen ähnlichen gekauft Dann habe ich die anderen gesehen Das ist dieser hier Der hier Ist auch noch nicht so lange her, wo ich mir den gekauft habe Und auch noch kaum benutzt Also ja Ich habe dann noch einen Catrice-Nagellack von so einer L.E., die hier vor die ganze Zeit gesehen habt Von so einer L.E., das habe ich jetzt viel gesagt Expect the unexpected war das Das war mal meine Lieblings-L.E. von Catrice Genau So sieht der Nagellack aus Da habt ihr diesen grauen und noch irgendeinen, glaube ich, gesehen Ich habe leider auch schon ein paar weggeben von der L.E. Dann habe ich hier einen Essenz Von der Metallix L.E., die ist schon ewig hier Aber den mochte ich sehr gerne, den Nagellack Vielleicht sollte ich auch den benutzen Ich mochte einen anderen von der alten Verpackung auch noch gerne Und dann ist der mir umgekippt, also kaputt gegangen Ich glaube, den habe ich auch vor kurzem aussortiert Ein weiterer Meck-Nagellack, der sieht so aus Das ist der Hanging Loose, war aus einer L.E., aus dieser Surfer Babe Oder Surf Baby, irgend sowas Und ich habe mir mit einem Nagellack eine Schneekugel zerschmissen Also die habe ich kaputt gemacht, weil das Glas war auch hohtdünn schon Keine Ahnung, wie das sein kann, aber ja Egal, ich habe noch einen aus dieser Surfer Babe L.E. gefunden Ocean Gip hat der geheißen Den habe ich mir gekauft, weil ihn die Reni in die Kamera gehalten hat Die mochte ja so, hatte so eine Phase mit so einer Farbe Und ich musste den natürlich auch haben Und dann habe ich hier Essenz Die mochte ich ja auch sehr gerne, die L.E. Das war die Sun Club L.E. Das ist BBC Splash Refresh Cooler Name BBC Pink Heat So sieht der aus Einen habe ich ja weggegeben, das war so ein bronze-goldener Den habe ich weggegeben Aber der müsste noch auf meinem Blog, glaube ich, sein BBC Chasing Waves Urschön, mir gefallen die Farben urgut Und dann habe ich da noch einen Orangenen Und den habe ich vor kurzem nur auf den Videos tragen BBC Orange Sunset So sieht der aus Habe ich auch vor kurzem noch oben gehabt Deswegen sieht meine Finger so orange Aber der ist echt schön Lass ich auch draußen, wenn ich den eigentlich noch weiterhin benutzen wollte Aber wenn es so weiter geht, kann ich wieder Winter- oder Herbstfarm raussuchen So wie den da Das ist einer von OPI Ich habe gar nicht mehr so viele Ich glaube, ich habe nur noch zwei Das ist von OPI Diva auf Kniver Das ist so ein dunkelrot, aber der verfärbt sich so schnell immer Ist aber kein schlechter Nagellack Dann habe ich hier noch einen von Meck Von Meck habe ich sehr viele Das war der Silberfisch, oder? Nein, Schimmerfisch heißt der Nagellack Den finde ich auch so schön Dann habe ich hier einen von den Cent Ich mochte den früher immer so gerne, weil den immer meine Mom gekauft hat Das ist der hier Den habe ich damals um 99 Cent gekauft So sieht der aus Der ist echt schön Dann habe ich hier noch einen von Meck Der sieht so aus Das war aus dieser Wie hat den Dialekt heißen? Ich weiß nicht mehr Cutie oder so Der heißt nämlich Ice Cream Das ist so ein rosa So ein bitchrosa Dann habe ich noch einen von Meck Ich habe ganz viele, habe ich ja gesagt Das ist der Keine Ahnung Soll ich immer da aussprechen können Sooo Ich hoffe ich halte es ruhig Das ist so ein Olivgrün Den mag ich aber echt gern von Meck Dann habe ich zwei von Lancome Einmal so einen Pink Ich finde die von Lancome nämlich unschön Die Langelacke Und einmal so ein wunderschönes Lila Ich meine in der Kamera kommt es leider falsch rüber Aber der ist so schön Das bringt euch nichts, wenn ich die Farbnummer sage Weil die zwei Farben gibt es leider nicht Nicht mehr Deswegen durfte ich sie mir von der Arbeit mit nach Hause nehmen Dann habe ich hier einen Nagellack Den liebe ich Ich kann ihn leider nicht aussprechen Deswegen halte ich ihn euch gleich wieder so in die Kamera Wieder einen von Meck ist das Den gibt es glaube ich sogar noch Der sieht so aus Das ist so ein schöner Nagellack Ich liebe ihn Ich habe überlegt ihn aufzubrauchen Weil es ihn ja angeblich eh noch gibt Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich mache Dann habe ich hier einen von Essence Den habe ich manchmal im Winter öfter tragen Weil ich mag die Farbe so gern von dem Das ist so ein richtiges Dunkelbraun und ich stehe auf sowas Also Das mochte ich schon immer Dann habe ich hier noch einen von Meck Ich glaube auch aus dieser Werden die kreisen Cutie glaube ich Ich habe so einen Schnupfen jetzt gerade Weil ich dachte, Rauschen wird mir noch kälter als man eh schon ist Ähm, aus der QTLE Das ist der Little Girl Dieser flieder, lila farbene Den fand ich auch sehr schön Weiß gar nicht, ob ich Swatches von denen habe Der ist auch von der QTLE Irgendwas mit Mint Michee was Mint oder so So Das sind so Cream-Finishes von Meck Ich kann das bei den Nagellack jetzt nicht so nachvollziehen Aber ich finde den auch sehr schön So richtig sommerlich, wenn wir mal einen Sommer hätten Ich weiß, ich hacke die ganze Zeit auf diesem Wetter rum Aber ich kann es einfach nicht glauben, dass es schneit Ich mag es einfach nicht Es ist einfach zu viel für mich Äh, das ist auch einer meiner Lieblings Meck Nagellacken Quiet Time glaube ich heißt er Oder Quit Time Ups, falsch rum, sorry So Den mache ich auch sehr gerne Ja, dann habe ich noch einen Ich glaube den gibt es auch im Standardsortiment Das ist von Meck natürlich Der Mean & Green Nagellack Der war aus dieser Disney Allee Ich habe mich so gerne gehabt, dass ich mir damals die anderen nicht auch genommen habe Aber ich habe so viel gekauft bei der Allee, da war es glaube ich eh besser Oh, ich habe den doch noch Ich glaube ich habe den damals weggegeben Auch wieder aus dieser Unexpected Allee von Catrice habe ich den auch noch Ja, dann habe ich einen von Essenzen Den habe ich mir ja vor kurzem erst kauft, wie die aus dem Sortiment gegangen sind Das ist 70 Grey Zone Dann habe ich hier Ein Limited Edition Hidden Stories Der sieht so aus Ich mag aber die Effekte von dem nicht Vielleicht probiere ich die nochmal zu lackieren und wenn sie mir nicht gefallen werde ich sie ausmisten Ich habe da noch einen davon Ich habe sogar noch einen Zwei sind es noch Einmal den, obwohl ich den so schön fand Und ich glaube der hat so einen komischen Effekt Deswegen mag ich den nicht so Aber ich muss es wie gesagt nochmal probieren Und den habe ich auch noch Kommt den einen ähnlich, den ich euch gezeigt habe von Catrice Den ich jetzt gerade nicht finde Dann habe ich hier einen aus der Choose It Der bin ich auch hinterher gerennt wie ein ihrer Den Nagellack mag ich aber Der hat so ein schönes Finish Dann habe ich hier einen Mislin Den gibt es sogar glaube ich noch Das ist so ein Sandnagellack und der ist echt geil Ich mag Mislin Nagellack echt gerne Nur leider kriegen die so wenig Aufmerksamkeit Da ist nämlich noch ein Mislin Auch mit diesem Sand Effekt In grün Mag ich auch sehr gerne Was ich nicht alles gerne mag und ich habe so viel Aber den wir wechseln Das haben wir ja schon die ganze Zeit im letzten Teil schon besprochen Da habe ich von der Snow Jam L.E. von Essenz den hier Den habe ich aber von einer YouTuberin geschenkt bekommen glaube ich Wenn ich mich jetzt nicht ihr Den finde ich aber auch sehr sehr schön Dann habe ich noch den hier von der Snow Jam Der ist auch schön und die verfärben sich so blöd bei Essenz Das ist das was ich nicht so mag Ich muss aufpassen nicht dass mir die Kiste mit den ganzen Nagellacken runterfliegt Da habe ich noch einen OPI Nagellack Das ist Glitterland das weiß ich auswendig Das war nämlich einer meiner Lieblings Nagellacken So wie der Tricky My Frenzy den ich aufgebraucht habe Wo ich stolz sein kann aber auch sehr traurig Dann habe ich noch einen weißen Wo sich der Deckel komplett verfärbt hat Seht ihr das? Irgendwie eklig oder? Keine Ahnung warum sich der Deckel da so verfärbt hat Aber das ist ein weißer Nagellack von Essenz aus dieser 50's Girls Reloaded L.E. Da hatte ich auch mal mehr Das ist der einzige der überblieben ist Oh ich habe da noch einen von Essenz Von dieser Fairytale L.E., den roten Den habe ich immer zu Weihnachten tragen Den habe ich komplett vergessen Den mag ich nämlich auch sehr gern Aber das wisst ihr ja jetzt schon Da habe ich euch erfolgt Dann einen von Essenz Der ist auch neu Der ist aus dem Sortiment beziehungsweise gegangen 84 Oliviu Und den mag ich echt gerne Den mag ich wirklich gerne Dann habe ich zweimal den gleichen Wenn meine Grauphase wieder zum Kommen ist Und die L.E. limitiert natürlich war Muss ich mir zweimal natürlich den gleichen Nagler kaufen Sagt besser nichts Ist immer besser wenn man schweigt drüber oder Von einer Freundin habe ich dann von der gleichen L.E. noch den pinken bekommen Ich mag die Verpackung von denen so Ich ärgere mich auch, dass ich mir damals den gelben nicht mitgenommen habe Dann habe ich da einen, den werde ich vielleicht weggeben Weil ich mochte den eh nicht Den werde ich weggeben Ich zeige ihn euch kurz, aber den werde ich weggeben Von dieser Color Go Reihe noch So eine Nude Farbe Den werde ich meiner Nichte schenken Die freut sich sicher drüber Dann habe ich hier noch einen aus dieser Color Go Das ist dieser hier Mit dem werde ich es noch probieren Mal schauen, ob mir der dann noch gefällt Ähm Der ist vor kurzem aus dem Sortiment gegangen bei Essence Das ist 61 Guckt selber irgendwas mit 1001 Party Lights Keine Ahnung So sieht das aus Der ist auch sehr sehr schön Wieder einen von Essence Den habe ich ja echt hinterher getraut Weil der rausgegangen ist Und ich benutze den so selten Das ist dieser Sand Effekt Weil der so ausschaut wie Erdbein Habe ich mir den damals genommen Sollte ich mal benutzen Essence Essence Wieder ein älterer Von dieser Color Go Reihe Der verfärbt sich total Seht ihr das? Das ist das Das ist das Schluck Hoffentlich Was mich bei Essence extrem nervt Dass die sich so dermaßen verändern Ähm Ja English Rose heißt der Der ist aber von der Farbe her sehr schön Ein limitierter von Essence Aus der Denim Wanted Ele Wenn ihr euch dann die noch erinnern könnt Die Ele fand ich auch cool Da hatte ich auch mal einen Grauen Habe ich glaube ich weggegeben Keine Ahnung wieso Dämlich oder? Aber den habe ich noch behalten Äh Dann habe ich einen von Catrice Den habe ich auch eine Zeit lang auch verwendet Aber ich glaube der ist zu ähm Zähflüssig jetzt zur Zeit Ich hoffe es nicht Weil ich mag den wieder benutzen Notfalls halber benutze ich ihn für die Zehennägel Aber den will ich unbedingt aufbrauchen Und nicht weghauen Das ist von Catrice Der From Dusk Till Dawn Mein aller aller liebster Nagelack von Catrice gewesen Gibt es aber auch schon lange nicht mehr Dann habe ich einen aus einer LE Ballerina Backstage Den habe ich in letzter Zeit oft auf den Zehennägeln tragen Ich muss ihn mir nur wieder lackieren Weil ich will den aufbrauchen Auf den Fingernägeln gefällt aber nicht Aber auf den Zehennägeln kann ich ihn versuchen aufzubrauchen Vor dem Nagelack kann ich mich auch nicht trennen Das ist vom P2 der Gigantic Nagelack Der schaut schon uhr abgefuckt aus Aber von dem kann ich mich nicht trennen Ich kann ihn nicht lackieren Weil ich glaube er ist schon kaputt Aber ich habe ja eh diesen Nagelack verdünner Ich werde es mit dem nochmal probieren Und dann entweder ihn endlich mal aussortieren Oder jetzt benutzen Dann habe ich hier einen Nagelack von Missine Das ist die 180 Die gibt es sogar noch Und der heißt nämlich Red Carpet Und den finde ich echt geil den Nagelack Oder den hier Den gibt es aber glaube ich nimmer mehr Das ist so ein Nude Nagelack Naked Truth heißt der 385 Ist auch ein schöner Lack Wirklich ein schöner Lack Und den habe ich von der Arbeit bekommen Das war nämlich ein Tester Ist ein Denimlook So wie der dunkelblaue den ich noch swatchen muss Habe ich auch den hellblauen Und ich hätte mir den fast gekauft Weil ich nicht wusste dass ich den zuhause habe Und dann noch den letzten Dann bin ich Gott sei Dank fertig Weil ich kann nicht mehr Der letzte Nagelack ist auch von Essenz Von dieser Reihe die eben rausgegangen ist Aus dem Sortiment 66 Shade of Happiness Und den finde ich so so schön Und bin so traurig darüber dass der rausgegangen ist Bei den habe ich eine Zeit lang wie ich ihn neu gehabt habe Ich habe wirklich oft benutzt Und den finde ich echt schön Ich finde es schade dass es den nicht mehr gibt Aber Gott sei Dank habe ich ihn noch Ja Ach Gott ich habe es geschafft Ich habe so Panik vor dem Video gehabt Weil ich auch gar nicht wissen will was ihr euch darüber denkt Weil das so viele Nagellacke sind Mein Freund hat auch vor kurzem rauf geschaut Und hat gesagt Weil ich gesagt habe ich kann mich nicht entscheiden welchen ich lackiere Und der hat nur so rauf geschaut Und hat mich dann wieder angeschaut Und hat sich gedacht sicher du bist dämlich Aber egal Ja das war es jetzt mit dem Video Ich hoffe euch hat es gefallen Ich hoffe man hat ein bisschen was gesehen Ich finde es ist ein bisschen überbelichtet Weil das Wetter ja so geschissen ist Ich kann es euch mal kurz zeigen Das ist ja echt echt abnormal Ich hoffe man sieht es überhaupt Kann man sehen dass es schneit Ja ganz leicht sieht man es Das ist ja voll beschissen Wir haben April verflucht Oh mein Katastrophe Ich möchte nicht wissen wie Spooky Netta reagiert Wenn wir raus gehen und er sieht den Schnee Ja Äh Ja Sonst gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen Ich hoffe euch hat das Video gefallen Jetzt muss ich die ganze Nagellacke wieder wegrollen Oh mein Gott Ich werde mir noch ein paar Mal durchschauen vielleicht Und dann entscheiden ob ich sie weggebe oder nicht Zum Beispiel die die ich doppelt habe Die da Diese Da habe ich ja jeweils noch einen Vielleicht gebe ich die weg Ich muss ein bisschen weniger haben Ich muss unbedingt ein bisschen weniger haben Und deswegen Ja Aber vier sind es naja drei Bei den will ich ja noch probieren ob er funktioniert Aber Aber drei sind schon mal welche ich weggeben werde Habt ihr ja gesehen Ich zeige euch die nochmal Damit ihr Bescheid wisst Den gebe ich weg Den gebe ich weg Und den gebe ich weg Drei die weg sind Sind nicht viele aber immerhin etwas Bevor ich jetzt noch weiter laber und das Video zu lang wird Was euch ja eh nicht mehr interessiert Hör ich lieber auf Ihr könnt mir ja mal schreiben ob ihr auch so viele Nagellacke habt Oder ob ihr Da gerade keine Phase habt Sondern dass ihr den einen habt Wenn ihr den aufbraucht Ich bete dass es solche Leute gibt Ich bin mir nämlich nicht sicher Und dann erst einen neuen kauft Das könnt ihr mir immer gerne schreiben Ich werde jetzt über aufhören Ich glaube ich werde depressiv Wegen diesem scheiß Wetter Und wir sehen sich im nächsten Video wieder Bye Bye